Herzlich Willkommen zurück zu deiner Let's Play Dirt 4 weiter mit meiner Wichtigkeit Labur. So, jetzt geht's los. Abmaus, Spornion, auf den Track. Also Asphalt. Bin ich mal gespannt. Könnte auf jeden Fall ziemlich interessant werden. 7,23 Kilometer, 52 Meter Höhenunterschied. Also wir knallen von unten nach oben. Glatter Asphalt, Servicebereich 10 Uhr 10, trocken. Wie gesagt, ich muss mich nur an meine Regel halten. In Ruhe. In der Ruhe auf dem Asphalt liegt die Kraft. Hört sich blöd an, aber ist halt so. Können wir irgendwas... Nein, alles in Ordnung. Ja, Prüfung starten. Muss einfach nur geschmeidig bleiben. Hat er jetzt hier Slicks drauf? Seid mal die Reifen. Ja, ist auf jeden Fall weniger Profil drauf, aber keine richtigen Slicks. Bis den dritten Gang erst mal in Burnie. In rechts, 6. Links, 6, 80. Rechts, 4, lang. In offene Kehre, links. In links, 4, über Puppe. In Kehre, rechts. In links, 3, über Puppe. In rechts, 6. Rechts, 6. In links, 4, 60. Links, 3. Alter, dieser Hall hier drin ist ja geil. Rechts, 3. Rechts, 4. Links, 4. Achtzig, über Puppe. Links, 4, über Puppe. 60, über Puppe. Rechts, 3. In rechts, 3, über Puppe. In Kehre, links. In rechts, 4, über Puppe. Das ist... Das Auto rutscht kein Stück. Das... In links, 4, 80. Das ist wirklich ein ganz anderes Spiel dann. In rechts, 4, durch Senke. In links, 3, lang, macht auf. In rechts, 6. Rechts, 4. In links, 5, lang, macht zu. 3. In rechts, 4, 150. Links, 4. Rechts, 6, über Puppe. In rechts, 1, Puppe. In links, 2. In links, 1. Rechts, 3. In rechts, 5, 60. Rechts, 6. Links, 6. In Kehre, rechts. In links, 3, 80. Oje, 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 oje. In links, 4, über Puppe. In offene Kehre, links. In links, 4, über Puppe. In Kehre, rechts. In links, 3, über Puppe. In rechts, 6. In rechts, 3. Nein, 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 nicht runterrutschen. Kehre, links. In rechts, 6. Links, 6, 60. In rechts, 1, Puppe. In links, 2. In links, 1. Rechts, 3. In rechts, 5, 60. Mach gut, dass es da Leitplanken gibt. Links, 3. In rechts, 3. Lang, mach auf, mach zu. In links, 1. Links, 6, über Puppe. Rechts, 4. Erst mal hinten rauskommen, raufsetzen. Uuuuh. So ein Matchbox-Auto, was du da hinten hochhebst. Oder ein ferngestelltes Auto und dann das mal raufsetzen. In rechts, 6. Rechts, 4. Oh. In offene Kehre, links. Ah, das war scheiße. In rechts, 1. In links, 6. Hier ist das Problem, die KMH, die da stehen, sind dann wirklich die KMH. Auf den Schotter hast du ja viel mehr durchdrehende Reifen, was du da wirklich fährst, wenn du so um die Kurven fährst. Weiß man ja gar nicht so richtig, weil du ja immer irgendwo am Durchdrehen bist. Links, 3, 60. Links, 6, über Puppe. Rechts, 4, 80. Aber wir haben jetzt noch zwei Checkpoints. So ein Weiterfahrer sieht es eigentlich für mich und meine Verhältnisse finde ich ganz gut aus. In links, 4, über Puppe. In Kehre, rechts. In links, 3, über Puppe. In rechts, 6. Links, 6, 60. Rechts, 5, über Wett, 80. Die Serpentinen hier knallen. Links, 6, über Wett, 60. Rechts, 3. Links, 6. In rechts, 4, durch Senke, 80. In rechts, 3. Das ist das erste Auto, wo ich unten, wenn ich ein bisschen... Hier ist 30 erlaubt, ne? In rechts, 6. Links, 6. Das ist das erste Fahrzeug, was ich fahre, wo ich mal nicht auf den Tacho gucke, wenn wir schneller fahren. In links, 1, 80. Bis 10. Oh. Das war zu schnell. Und wieder derselbe Move. Aber wir waren... Langsam für den Marshall. Also, ich finde es hart, Leute. Also, Asphalt ist wirklich... Ja, ein Fall für sich, aber macht auch Spaß. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. Man muss einfach nur, ja... Ruhig wegfahren. Und halt 1 und 2 und 3, die Kurven sind halt... Oh, wir müssen diese und nächste Strecke auch noch fahren. Oh, 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 oh. Die Länge geht das und jetzt 6 Kilometer, aber danach, habe ich schon gesehen, kommt 8. Also, Länge 6,6 Kilometer, Höhe 219 Meter. Also, wir fahren wieder runter. Glatter Asphalt. 12.15 Uhr. Teils bewölbt. Hm. Ich denke nicht, dass wir Nebel kriegen. Das Auto sieht etwas mitgenommen aus. Also, nicht um Viertel nach 12. Also, es ist Viertel nach 12. Da sollte kein Nebel kommen. Aber wir fahren jetzt runter. Und runterfahren ist beschießen auch. 4, 3, 2, 1, los. Rechts 1. Gummi, 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 haben wir gemacht. In rechts 2. In links 4. Rechts 6. In links 4. Welle. In rechts 3. In links 5. Oh, er kommt rum. Rechts 6. In links 1. Lang. Offene Kehre rechts. In links 4. 60. Na komm. Rechts 5. In links 5. Lang 80. Scharf links. In rechts 3. Gummi, 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 Gummi. In rechts 4. In links 5. Rechts 3. Links 6. In rechts 4. Durchsenke. 60. Rechts 4. In links 5. Lang. Mach zu. Jawoll. In rechts 4. 150. Links 4. Oh, wo geht's lang? Da. Rechts 6. Überpuppe. Links 6. In rechts 4. Lang. Mach zu. Und Achtung. Links 4. Sofort rechts. 3. Überpuppe. Täuscht. Links 6. 60. Rechts 5. Überwenden. 80. Links 6. Überwenden. Rechts 6. Links 6. In Kehre. Rechts. In links 3. 60. Rechts 4. Rechts schneiden. In offene Kehre. In rechts 1. Oh. Nicht schneiden. Haben wir. In links 6. In rechts 3. Kehre. Links. In rechts 6. Links 6. Links 6. Rechts 6. In offene Kehre. Rechts. In links 2. Nicht schneiden. 60. Oh Mann. Rechts 4. Nicht schneiden. In links 2. Durchsenke. In links 1. 80. Rechts 4. Überkuppe. Jetzt will ich zu viel gerade Leute. Links 6. Überkuppe. Rechts 4. 60. Aber dieses Höhen hoch runter immer. Das ist nichts für mich. In offene Kehre. Ob ich die Kurve nicht sehen kann. Also in echt habe ich mit sowas keine Probleme, weil hier im Spiel, keine Ahnung, im Spiel finde ich das schon ziemlich hardcore. In rechts 4. Durchsenke. In links 3. Lang. Macht auf. In rechts 6. Die haben Plattfuß. Die haben Platten. Links 6. Überkuppe. Rechts 1. Durchsenke. Hört ihr was? In links 4. Jetzt ist vorbei. Durchsenke. Gell. Doch kein Plattfuß gewesen. Links 3. 60. Nur irgendwas geschliffen. Links 3. Überkuppe. In rechts 4. Durchsenke. In links 3. Lang. Macht auf. In rechts 6. Links 6. Überkuppe. Rechts 4. Links 6. Gass. Komm. Rechts 4. 60. Rechts 6. Überwelle. 80. Links 5. Überwelle. 60. Rechts 6. Links 4. Durchsenke. In rechts halb. Überkuppe. Links 3. 60. Links 4. Durchsenke. In rechts halb. Überkuppe. Links 3. 60. Rechts 6. Was ich geil finde an diesem Spiel, das sind diese Lichtverhältnisse, Leute. Wenn du dann auf einmal unter diesen Tannenbäumen wie gerade herfährst. Das ist so wie in echt einfach. Das ist so gut gemacht. Rechts 4. Bis Ziel. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde das mega gut gemacht. Ich weiß nicht wie ihr das findet, aber wenn man mal das so ein bisschen vergleicht, das ist echt schon mega geil gemacht. Das war unschlagbar. Unschlagbar, naja. Wenn man nicht so viele Fehler machen würde, würde man noch besser. Jetzt sind wir 8,36 Kilometer und dann haben wir erst Servicebereich. Leck mich am Arsch, ey. 8,36 Kilometer, 115 Meter Höhenunterschied. Das geht eigentlich. Glatter Asphalt, 14.30 Uhr bewölkt. Also, leckt mich fett, Leute. Es wird hart. Ja, aber innen an sich, Alter, kannst du doch gar nicht mehr gucken von innen. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, die Burnies. Links 6, Überpuppe. Rechts 1, durchsenke. In links 4. Links 4. In rechts 2, macht auf, lang. In links 4, Überpuppe, Runde 50. Links 4. Rechts 6, Überpuppe. Links 3, Überpuppe. In rechts 4, durchsenke. In links 3, lang, macht auf. In rechts 6. Das war gut. Links 6. Oh, da ist eine Mauer. Links 4, durchsenke. Links 6, 60. Rechts 5, Überpuppe, Runde 80. Links 6, Überpuppe. Rechts 6. In links 4, Velle 80. Oh. In rechts 3. In links 5. Links 4. In rechts 2, macht auf, lang. In links 4, Überpuppe. Links 6, Überpuppe. Rechts 4, 80. Links 5. Jungs. Rechts 5. Links 5, 60. Nicht da rein. Alter Schwede. Wenn es ohne Scheiß ist, ey, dass ich die Mauer nicht küsse, aber das war richtig lack. Links 6. Nein. Aber dafür nehme ich die. Und weiter. Links 4. Rechts 6, Überpuppe. Ja, 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 weiter geht's. Rechts 4, lang, macht zu. Und Achtung, links 4, sofort rechts 3, Überpuppe, täuscht. Links 6, 60. Rechts 5, Überpuppe, Runde 80. Links 6, Überpuppe. Rechts 2. Scheiße, ich hab nicht zugehört, was er gesagt hat. Scheiße. Rechts 6, 150. Na, jetzt Vollgas. Rechts 5, links 5, links 5, 80. Ja, Zuschauer, alles klar. Rechts 3. Links 6, in rechts 4, Durchsenke. Finde ich stehen zu dicht am... In links 4, Welle. ...am Rand der Straße, weil da hätte man gut ein bisschen kürzen können, aber ja, gut. Mir juckt die Nase schon wieder. Oh. Alles klar. Links 4, Durchsenke. In rechts 5, Überpuppe. Links 3, 60. Rechts 6. Links 6, in Kehre, rechts. In links 3. Rechts 2, nicht schneiden. Offene Kehre, links, lang, 60. Rechts 6, 80. Oh, jetzt hab ich das mal... ...schön reingedriftet. Perfekt funktioniert. In links 4, Welle. In rechts 3. In links 5. Rechts 4, in links 5. Lang, mach zu, 3. Alter. In rechts 4. Links 6, 60. Oh. Rechts 5, Überpuppe, 80. Links 6, Überpuppe, 60. Rechts 6, in links 1. Lang, offene Kehre, rechts. In links 4, und 50. Okay, 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 okay. Weiter, komm, Baby. Weiter geht's. Links 4. Scheiße, Leute. Rechts 6, Überpuppe, rechts 5. In links 4, in links 3. In Scha, rechts 80. Oh. Rechts 5, lang, rechts. Oh, hallo, Frosten. Die Wassertemperatur steigt. In links 5, rechts 4, nicht schneiden. Das würde mich jetzt nicht wundern. Aber eigentlich haben die hinten den Kühler. Ich weiß nicht, zu den Jahrzeiten hat Nick auch schon. In rechts 3. Kehre, links. In rechts 6. Links 6. Ja, 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 ja. Also verlieren wir jetzt richtig an Zeit, aber die Strecke ist natürlich auch extrem lang jetzt. In offene Kehre, rechts, steine, außen. In links 2, 60. Links 3, überpuppe. In rechts 4, durchsäcke. Also was gab's schon lange nicht mehr, ne? Mit Steinen außen oder Bäume außen oder so. Oder auch innen ist ja scheißegal, aber... Ziemlich easy gerade mit solchen Warnmeldungen. In rechts 4, durchsäcke. 60, rechts 4, in rechts 4, durchsäcke. Nein, Kehre, du bist zu schnell. Das hat verleitet, gerade richtig Gas zu gehen. Alles klar, langsam für den Marschall. Junge, Junge, Junge. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Naja, ich fand die Strecke jetzt schon ziemlich hardcore. Und auch scheiße gefahren. Aber Hauptsache, wir haben erstmal Servicebereich, weil das wird nämlich jetzt mal Zeit. Aber funktioniert schon. Ich brauche Kaffee. Nice, Noffi. So, was machen wir denn? Weiter geht's. Wir starten wieder als Erster um 16 Uhr. Okay, Fahrzeug reparieren. Was schlagen sie uns vor? Karosserie, Scheinwerfer, Rad, Geometrie, Kühler, Turbo, Auspuff, Stoßdämpfer. Aber, ja. Ich würde mal sagen, Leute, die Jahre war im Arsch. Mit etwas Preisgeld könnten wir unser neues Fahrzeug für die nächste Meisterschaft holen. Jo. Werden wir sehen. 5, 4, 3, 2, 1, Luft. Rechts 5. Links 5. Nur weil der erstaunt. Ho. Das war gescheuert als die KI. Man merkt einfach extrem, wenn das Auto heile ist. Da wollte ich zu viel. Oh, das hat er nicht gesagt. Oder hat er das gesagt, Leute? Mit dem Stein. Das hat er nicht gesagt, dass da ein Stein liegt, oder? Arschloch. In rechts 5. Links 4. Durchsenke. In rechts halten. Überpuppe. Links 3. 150. Links 4. Rechts 6. Überpuppe. Rechts 5. In links 3. In weg. Rechts 4. In links 6. Links 4. In rechts 2. Macht auf. Lang. In links 4. Überpuppe. Da liegen doch auch Steine. Nicht innen müsste er. Nicht schneiden. Ja gut. Keine Kurve kann es ja gar nicht schneiden. Rechts 5. In links 5. Lang 80. Rechts 5. 80. Rechts 5. Links 5. Rechts 5. Rechts 1. Okay. Wir haben gerade ein Skateboard nachgemacht. In rechts 3. Schön drum gedriftet. Überpuppe. 80. Links 6. Überpuppe. Überpuppe. Rechts 6. Rechts 4. In links 5. Lang. Macht zu 3. In rechts 4. 60. Links 4. Funktioniert so gut, Leute. Man muss jetzt so in die Kurve. Pass auf, so. Weil hier geht es nicht. So. In links 4. Überpuppe. 60. Einmal. Rechts 4. Wenn man jetzt driften will. In auf links 6. Vollgas bleiben. Und dann nur einmal ganz kurz Bremse drücken. In links 6. 60. In rechts 3. Überpuppe. Im Kehren. Funktioniert jetzt super. In rechts 4. Überpuppe. Oh. Was war das denn gerade? In links 4. 80. Rechts 4. Jetzt habe ich das so langsam raus, wie ich es machen muss. Bis Ziel. Alles klar. Langsam für den Marshall. Wir sind echt viel zu schnell gegenüber der KI. Haben wir wirklich eines der guten Autos diesmal ausgesucht gehabt, dass es so einfach ist? Das Ergebnis. Das war unschlagbar. Keine Ahnung. Aber ich bin der Meinung, vorhin dieses Quinten und darüber rutschen, normalerweise wäre die Karre im Arsch gewesen. Aber richtig im Arsch. Aber gut. 5,2 Kilometer. 30 Meter Höhenunterschied. Oberfläche glatter Asphalt. Seit 19 Uhr bedeckt. Also. Nebel glaube ich nicht. Aber wir brüchten vielleicht ein bisschen Licht. Das Auto ist trotz des Auslands in gutem Zustand. Ja. Wir hätten uns nur den Unterboden unterweg gerissen in meinen Augen. Also die ganze Ölwanne etc. Aber ja gut. Wieder vier draußen in den Drehungen. Und wieder ein besseren Start wie die KI. Perfekt. So haben wir es hingekriegt mit dem Auto. Überpuppe. Links 3. 100. Rechts 4. Land. In offene Kehre links. In links 4. Überpuppe. In Kehre rechts. In links 3. Überpuppe. In rechts 6. Ja nur am Radieren alter. Links 6. In Kehre rechts. In links 3. Zu früh eingelenkt. In rechts 3. In rechts 3. Kehre links. In rechts 6. Na jetzt habe ich nicht zum Düften gekriegt. Links 6. Überpuppe. Rechts 4. Links 6. 40. Rechts 3. Durch Senke. Nicht schneiden. Links 6. Überpuppe. Rechts 1. Durch Senke. In links 4. Rechts 4. Nicht schneiden. In offene Kehre links. In rechts 1. In links 6. Rechts 5. In links 5. Lang 80. Schauber links. Hau mal raus, ja. Hier, anbremse. Frisst Gummis, Zuschauer, ihr. Bernie, 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 Bernie. In rechts 4. Gummi, 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 Gummi. Rechts 3. Links 6. In rechts 4. Durch Senke. Oh. Oh. Links 6. Überpuppe. Rechts 4. Links 3. In rechts 3. Oh. In links 1. Licht schneiden. Rechts 6. In links 4. Welle. In rechts 3. In links 5. Rechts 6. Oh, 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 oh. Ja. Noch abgefangen. In rechts 3. In links 5. In rechts 3. Kehre links. In rechts 6. Ah, zu eng. Links 6. 60. Rechts 3. Links 6. In rechts 4. Durch Senke. 60. Links 5. In rechts 3. In links 5. In rechts 1. Durch Senke. In links 3. Rechts 6. In links 4. 60. Links 3. In rechts 3. Oh, hallo Haus. Oma, ich komm gleich, bring gleich Kuchen mit. In rechts 5. Hab einfach mal bei ihr Hallo gesagt. In rechts 5. Bis ziehen. Okay, Leute, haben wir geschafft. Okay, bring es zum Marshal. Also, ich muss jetzt sagen, ich hätte, wo wir das erste Rennen gefahren haben, habe ich wirklich gedacht, okay, mit dem Auto wird auf Asphalt gar nicht gehen, weil gestern gab es ja das Video, wo ich da auf Schotter mit dem Auto gefahren bin. Aber Asphalt war eigentlich ziemlich okay. Okay, wenn man nachher weiß, wie man ihn hin und her schmeißen muss, ist das eigentlich ziemlich okay. Ich bin der Meinung, wir hätten auf jeden Fall diesmal, oder es gab schon ein paar Rennen, wo das Auto eigentlich komplett zerstört hätte sein müssen, aber gut. Abschluss der Wertungsprüfung mit Schwierigkeitsbonus. Sauber, Wertungsprüfung abgeschlossen, naja, gut, okay. Haben über 100.000 gemacht, sieht doch gut aus. Wieder ein Level 34. Rallye H-B International und Kubo. Kubo? Ist das Kubo? War auf jeden Fall ein Sponsor. So, wieder komplett Meisterschaft auch gewonnen. Ja, wir kommen auf jeden Fall gut voran, Leute. Wir können das nächste Mal hier Asphalt Cups, da haben wir zwei Autos für. Und dann könnten wir hier hinten auch noch weitermachen. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal wieder sowas hier. Das müssen wir auch noch machen. Ne, das haben wir gemacht da unten. Da müssen wir dann Gruppe B, Rallye, Cross machen. Könnten wir eigentlich mal machen, das haben wir fertig und hier könnten wir eigentlich ja auch noch das machen, ne. Und das. Also ganz viel gibt es nicht mehr, Leute. Hier hätten wir in dem Sinne noch vier Meisterschaften. Dann das. Hier hätten wir noch zwei. Oh, das ist echt noch viel eigentlich. Zwei, vier, achtet, zwölf, sechzehn. Und zwei macht achtzehn. Und dann hätten wir hier auch noch ohne Ende. Also das ist noch ein bisschen mehr. Ja, und hier hätten wir auch noch drei und zwei, vier, fünf. Geht eigentlich, Leute. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich sage auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Dirt 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen da. Nicht vergessen. Ja. Ein Daumen ist immer gut für denjenigen, den ihr schaut. Und ja, denkt mal unten aufs Glöchkirchen drücken. Dann kriegt ihr auch die Benachrichtigungen für die Videos. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.